Mein Name ist Tobi Stückel, ich bin Forstwirtschaftsmeister bei den Bayerischen Staatsforsten am Forstlichen Bildungszentrum in der Laubau. Ich zeige euch heute, wie man ein flämmisches Auge macht. Das flämmische Auge, das ist eine geflochtene Seilschlaufe, die man ans Ende von einem Stahlseil machen kann. Und das hat den großen Vorteil, dass man das mit relativ einfachen Mitteln selber herstellen kann. Also zum Beispiel, wenn ich mit der Seilwinde unterwegs bin beim Rücken und ich bemerke an meinem Seil einen Seilschaden oder das Seil ist schon abgerissen, dann kann ich mir das Seil vor Ort reparieren und muss nicht die Arbeit abbrechen, heim fahren oder in der Werkstatt fahren. Ersparen wir also da einen Haufen Zeit. Ja, schauen wir uns dieses flämmische Auge mal genauer an. So, ich habe da ein Modell mitgebracht. Im vorderen Teil sieht man also da diese geflochtene Seilschlaufe. Die erreicht man, indem man den Seilverband auflöst, eine Schlaufe formt und diesen ursprünglichen Seilverband da wiederherstellt. Man flechtet das dann bis zu diesem Kreuzungspunkt und ab diesem Kreuzungspunkt lasst man da einen Seilüberstand stehen, auf dem dann diese Pressklemme draufgeschoben wird und diese Pressklemme oder die Verpressung fixiert dieses flämmische Auge gegen es wieder auftragen. Ja, ich brauche da eine gewisse Ausrüstung dazu, ein Werkzeug, das habe ich da. Einmal brauche ich was zum Einkürzen vom Seil, zum Abschneiden. Da habe ich da so einen Akku-Trennschleifer, brauche ich als PSA, einen Gehörschutz, eine Schutzbrülle. Da sieht man so ein kleines Schutzblech, das habe ich mir selber hergezogen, die Verwendung, die erkläre ich dann später. Dann ein Schraubzeuger zum Auflösen vom Seilverband, Stift und Meterstab zum Anzeichnen und zum Verpressen habe ich da so eine Aluminiumpressklemme und zum Verpressen die Schlagpresse und den notwendigen Hammer dazu, einen 10 Kilo Hammer. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal. Als allererstes brauche ich mein Seil und suche mir da diesen Seilschaden. Den sieht man jetzt da ganz deutlich. Mit dem kann ich natürlich so nicht mehr weiterarbeiten. Das muss ich auf alle Fälle wieder instand setzen. Bevor ich da das Seil einkürze, schiebe ich mir erst einmal die ganzen Seilgleiter hinter diese Schnittstelle, damit ich sie mir nachher nicht mehr auffadeln brauche. Da dabei muss man ein bisschen aufpassen, da schauen die Drähte raus, dass man sie nicht sticht. Die Seilgleiter, die kann man gleich ganz hinter den Schirm, die brauchen wir nicht mehr. Nach dem Seilschaden, der ist jetzt da, schaue ich mir, wo das Seil wieder in Ordnung ist. Das ist bei mir, schaut da wieder gut aus. Da werde ich mir das Seil abschneiden. Wird es da nicht sparen, schaut wirklich, wo das Seil wieder in Ordnung ist, damit ihr da wieder ein gescheit betriebssicheres Seil habt. Gut. Dazu brauche ich jetzt meinen Trennschleifer. Aufpassen, wenn ihr mit so einem Trennschleifer arbeitet, da ist Funkenflug, im Wald einfach aufpassen. Wenn es ein trockenes Wetter ist, ist es einfach eine Brandgefahr und seid da einfach vorsichtig. Gut, das können wir jetzt weg da, das brauchen wir nicht mehr. Schmeißen wir da herunter. Ja, dann starte ich mit dem flämischen Auge. Als allererstes schiebe ich mir jetzt da mal meine Aluklemme drauf, diese Pressklemme. Das dürft ihr nicht vergessen, das geht danach da nicht mehr. Schieben wir gleich da hinten. Und jetzt wird das Seil in zwei Hälften aufteilt. Und da muss man wissen, dass so ein Seil in der Mitte eine Seileinlage hat, also der Kern. Und außen um mich sind Litzen, die sind bei mir sechs. Und ich teile das jetzt so auf, dass auf jeder Seite drei Litzen sind und in einer Hälfte ordne ich den Seilkern zu. Da nehme ich den Schraubzeug her, als Hilfe. Das geht da ganz gut. Und dann fahre ich mir da rein, dass ich da drei Litzen habe. Und trenne das Seil auf. Ich habe da zwei Hälften. Also auf jeder Hälfte sind drei Litzen und bei dieser Seite ist der Seilkern, die Seileinlage noch mit dabei. Ja, ich löse das jetzt auf da, circa 50 bis 60 Zentimeter. Das ist aber gar nicht so wichtig, das Maß. Sondern viel wichtiger ist, dass ich, bevor ich anfange, mir das Ganze abgreife, sodass ich da eine angenehme Schlaufengröße habe. Und unten, ab diesem Kreuzungspunkt, einen Seilüberstand lasse. Von circa 15 bis 20 Zentimeter, sind wir mal mindestens so eine Handbreite. Ja, so gefällt mir das schon ganz gut. Wenn das so passt, dann fange ich an, dass ich das Seil da ineinander lege. Man sieht schon, das fügt sich da schön wieder zusammen, eben zum ursprünglichen Seilverband. Und da mache ich Wicklung für Wicklung. Erst die eine Seite. Seht ihr schon, das ist ein bisschen eine wackelige Geschichte da. Ich steige mir einfach mit dem Hax da unten drauf, fixiere das Ganze und kann das da einfach dann besser manipulieren. Es wird so weit runtergefluchten, bis der Kreuzungspunkt da hergeht, bis es einfach nicht mehr geht. Dann die andere Seite. Wicklung, Verwicklung. So schaut das sauber aus. Jetzt sieht man da, wie diese zwei Hälften, dieser Seilüberstand da weg steht. Und auch aus dem mache ich ein Seil, füge die also zum Seilverband wieder zusammen. So schaut das gut aus. Jetzt hole ich mir da meine Aluminiumklemme daher und schiebe die da über diesen Überstand. Ja, zur Aluminiumpressklemme muss man wissen, da gibt es verschiedene Größen. Und man nimmt allebei eine Größe größer, wie die Durchmesser vom Seil ist. Also ich habe jetzt da ein 11er Seil, also ein Seil mit 11 Millimeter Durchmesser und nehme da die Pressklemme Nummer 12. Das sieht man da, steht das drauf. Die Klemme, die schiebe ich also ganz drauf, bis, weiter geht es nicht mehr, bis zu diesem Kreuzungspunkt. Und jetzt sieht man ganz gut, dass der Seilüberstand viel länger ist, als die Länge von dieser Pressklemme. Das mache ich deswegen, da ich das so klar mache oder so kurz mache, kann man das Seil nicht gescheit zusammen dran wieder, also diesen Seilverband herstellen, weil das Seil eine gewisse Eigendynamik hat und dreht sich also selber wieder auf. Und so kann ich das aber auch nicht lassen. Das schaut man also da viel zu weit hinter dieser Pressklemme drüber. Das hat unangenehme Folgen. Zum einen erhöhte Verletzungsgefahr. Beim ersten Einsatz wird sich das Seil da aufspreißeln und die Drähte schauen da weg. Zum anderen gibt es da eine unangenehme Querbelastung auf die Klemme. Das ist auch ungünstig. So muss also das Seil eingekürzt werden, dieser Seilüberstand. Und zwar soll der nach der Verpressung bündig mit der Pressklemme sein oder der darf ein bisschen drüber rausschauen und zwar den halberen Seildachmesser. Also ich habe da ein 11er Seil, sagen wir mal ungefähr 5 Millimeter. Das zeichne ich mir jetzt an. 5 Millimeter. Mache ich da einen Stricher. Die Gefahr ist natürlich, wenn ich das jetzt da oben abschneide, dass ich in das unterne Seil reinkomme. Und das muss man unbedingt vermeiden. Da ist höchste Sorgfalt geboten. Nicht, dass ich das Seil da unten kaputt mache. Und da kommt jetzt mein Schutzblech ins Spuh. Das habe ich mir selber hergebogen. Und das schiebe ich da einfach drauf. Ganz viert. Und jetzt, wenn ich mit meinem Trennschleifer da herabschneide, dann berühre ich nicht das Seil, sondern das Blech. Und schütze das Seil eben vor dem Schnitt. Jetzt da wirklich aufpassen. Ihr müsst auch nicht so ein Blech hernehmen oder sowas herbügen. Ihr könnt da irgendwas anderes hernehmen. Hauptsache, ihr kommt da nicht in das unterne Seil rein. Das ist ganz wichtig. Ja, man hat jetzt gut gesehen, wie hilfreich doch das Blech ist. Da ist schon eine Spur drin. Also das ist auf alle Fälle zum Empfehlen. Gut. Das Blech brauche ich jetzt da nicht mehr. Jetzt können wir das Ganze verpressen. Ich habe es am Anfang schon erzählt. Ich nehme da eine Schlagpresse her. Die Schlagpresse, die besteht also aus so einem Metallrahmen. Und da sind innen so ein Prisma drin. Und da legt man dann diese Pressklemme rein. Da dazu brauche ich einen schweren Hammer. Einen 10 Kilo Hammer, mit dem ich dann die notwendige Energie zusammenbringe für diese Verpressung. Ja, wenn man das da reinlegt, dann legt man das Hochkant rein. Also im Hochoval lege ich das da rein. Das oberne Prisma stehe ich oben drauf. Wenn es da sauber beieinander ist, das noch in die Mitte, dann kann ich da draufhauen. Nach meiner Erfahrung nach sind das ungefähr drei, vier Schläge. Dann ist das fest. Vielleicht ist es auch schon mal nach dem zweiten Schlag fest. Das schauen wir uns dann an. Ich haue jetzt da auf alle Fälle drauf. Und dann werde ich überprüfen, wie die Verpressung ausschaut, ob es schon fest ist. Gut. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Ja, das schaut schon gut aus. Man sieht da diese deutlichen Kanten, die da entstanden sind. Aber da gibt es auf alle Fälle nochmal einen zweiten und einen dritten Schlag. So. Ja, so schaut das gut aus. So gefällt mir das. Dann ist das da sauber verpresst. Und so kann man das wieder hernehmen. Ja, ich denke, dass man mit dem flämmischen Auge hat man eine praktikable Möglichkeit, dass man sich vor Ort, also das Seil repariert, bei einem eintretenden Seilschaden frühzeitig reagiert, war es nicht, bis das Seil abgerissen ist. Das ist selber unkontrolliert. Und so wünsche ich euch ein unfallfreies Arbeiten. ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020